Die Karte Guter Ausgang in der Liebe steht generell für die Liebe, Freundschaft, Zuneigung oder eine Art von Begeisterung. Je nachdem, mit welcher Karte die Liebe im Kartendeck in Verbindung liegt, zeigt dies, um welche Art von Liebe es sich hierbei handelt. Bei der Kombination der Karten zu hohen Ehren kommen und die Liebe, würde es sich um eine alte Liebe handeln. Kommt dann noch die Karte Gericht dazu, verändert dies die Deutung zu einer alten Liebe, welche einem unter die Haut geht. Der Hinweis auf eine alte Liebe kann sich auch auf eine karmische Bindung beziehen. Liegt die Karte Todesfall mit der Karte Veränderung, zeigt dies eine plötzliche Veränderung an, die in Verbindung mit der Karte Liebe eine plötzliche Veränderung durch oder mit einer neuen Liebe bedeuten würde. Bei der Kombination der Karten Wohnzimmer und der Liebe, würde es sich um ein Liebesnest handeln. Liegt hier noch die Karte Arbeit Beschäftigung dazu, dann ist dies der Hinweis auf ein Liebesnest mit körperlichen Aktivitäten. Jedes einzelne Beispiel verändert sich in Verbindung mit einer weiteren Karte zu einer neuen Bedeutung. Viele weitere Informationen, Karten wie eine alte Schrift zu deuten, werde ich in den nächsten Videos zeigen.